Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Team Fortress 2. Moment, dieses Spiel habe ich nicht gestartet, was ist das? Was? Team Fortress Classic? Ich habe jetzt keine Ahnung was das ist. Ich meine es hat Team Fortress im Namen. Ja, wir können auch Server suchen. Na dann, dann würde ich mal sagen, suchen wir nach ein paar Community-Server. Oh, wir sind irgendwie schon auf dem Server, und zwar Tuford. Das sieht nicht so wie Tuford aus, und zwar ganz und gar nicht. Gehen wir mal zu Blau. Oh, hier sind sogar schon die Klassenaufklärer. Ich denke das ist Scout? Scharfschütze, das ist denke ich Sniper. Das ist Soldier? Das ist Demoman? Warte, 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 warte. Demoman im Weiß? Oh, ich... Oh, okay. Okay, da haben wir dann den Medic. Den... Oh... Der Heavy, der sieht... Der... Oh, der sieht aus wie ein Pirat. Der Feuer... Der Pyro-Aka... Der Feuerwerk. Okay, der Spion. Der Spy, kann man erkennen, kann man erkennen. Und... Ja, der Pil... Der Engineer. Den... Ich glaube, den kann man nicht hier verwerfen. Also... Dann nehmen wir mal den... Infanterist. Oh... 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 Den man schon mit den HD... HD-Texturen hier sehen kann. Wurde mit... Oh... Ja... Okay, ich mecker nicht über dieses Team Fortress rum. Ähm... Ähm... Team Fortress 2 hat... Es sieht gut aus. Wo sind... Wo sind Heavys Feust? Ah, hier ist seine Schrotze. Hier ist eine andere Schrotze. Oh! Ach, das ist eine Minigam. Was ist das? Das ist doch kein Team Fortress. Wo war der, den ich gefunden habe? Wo ist das? Der ist tot. NANI?! Ach, du shit! Habe ich euch schon gesagt, man kann hier, ähm, Namen wechseln. Wechseln, das habe ich... Man kann auch sein eigenes... Seinen eigenen Spray haben. Ist es das alte Team Fortress? Das ist hier, ähm... Das erste da... Team Fortress 1... Äh... Worum ist hier... Fuck! Das war neulich beim Schlamm Bonn... Was? Neulich bei... Wie hieß der? Neulich beim Schlabonzeln. Schlabonzeln. Okay, dann rüsse ich mal die Schrotze aus. Er sieht mich nie. Ich kam einfach Sneaky an. BAM! ZACKER! ZAH! BAM! BOOM! DISS SOLDIER! Den habe ich gediegen besiegt. Keine Sorge, er ist tot. Oder? Das ist Angie. Ist es unser? Ist es... Ähm... Ich möchte mal angemerkt haben, die... Ich möchte mal ange... Was ist das? Das ist ne Flagge. Das sind keine Intelligents. Hä? Ich komme mir irgendwie blöd vor. Ui. Oh... Lebt der? Hä? Von was habe ich das Schaden erhalten? Das ist ein komisches Fortress. Von wo habe ich das denn jetzt schon wieder? Egal, egal. Wir akzeptieren, wie es ist. Das sind die... Ich bin geflogen. Hä? Woah! Hä? Hä? Woah! Schieß! Jesus! Hä? Was passiert? Hab ich gewonnen? Ich kann nicht glauben, was das für ein Team Fortress ist. Okay, nehmen wir mal einen anderen. Das war der... Äh... Spy. Das ist ein James Bond Boy, wie man schon sehen kann. Wie er schon so crew wie seine Hand hält. So richtig... Mh... Komm, ich gebärste euch alle. Mh... Mh... Warum... Warum werde ich die ganze Zeit... Hä? Boah... Jeder hat Granaten. Was ist das? Ey, was, was ich jetzt mache? Mh... 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 Ey, hä? Was passiert? Hä? Ich verstehe nichts. Ey! Ey! Ich stehe in Flammen! Ey! Woow! Was ist passiert? Wow, wow 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 wow. Das geht aber nicht klar. Das geht aber nicht klar. Es geht aber hier nicht klar, der hat eine Bazooka in Liebe. Der Pyro hat keine Bazooka. Oh, Minion! Ich bin Pyro, du solltest eigentlich Resistenz sein. Ich versteh die Spiele nicht. Ich möchte erwidern, dass dieses Spiel ein bisschen... ...sehr arg unterscheidet von Team Fortress. Ich bin Bombenleger. Der Bombenleger aka Demoman der Weiße. Hä? Was ist der Unterschied zwischen den... Ah ja, cool, der eine hat einen Henkel, der nicht. Wow, Alter, meine Fresse. Das ist Zeug, das sag ich euch. Gott, was ist das für Zeug, aber... Ich frage mich, warum hat ihr... Hehehe, boah... Tschüss... Ja, jeet... Oh mein Gott... Ohm... Ja, okay, dann probieren wir jetzt mal Soldat. Kann ich... Ui! Ui! Rocket Jump'n'n... Im alten Team Fortress, meine Damen und Herren. Okay, jetzt sind wir der gemäßige Sniper. Und zwar... Wir haben zwei Snipers. Einmal die und einmal die. Einmal die und einmal die. Wow, ein großer Unterschied. Und wie kann ich erzielen? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich habe ihn. Oh Gott, nein. Hm, was... Okay, ich weiß, wie ich den bekomme. Und zwar so. Was ist das? Ist das eine Alien... Oh, wow, wow. Das ist eine Alien-Knarre. Auf jeden Fall. Irgendwie der seinen Arm schenkt. Uff! Oh! Warte! Oh! Oh! Hä, und wie soll er jetzt sein? Ach da! Abwehrgeschütz, Automat und Tele. Ähm... Boom, bada, bang, zack! Okay! Los, Alien-Knarre! Pew! 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 Oh, sei froh, dass ich da gerade nichts habe. Und zwar boom, bada, bang, zack! Bau, 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 bau! Oh, schieß! Das war eine hochmäßige Enttäuschung vor diesem Spiel. Ähm... Da will ich mal sagen, was ist das hier von Team Fortress? Classic! Und wir sehen uns dann in einem weiteren späteren Video voran. Und solange, nicht vergessen, abschalten! Und das ist alles, Leute!